Herzlich willkommen bei der WSB Leipzig. Unser Unternehmen wurde 1991 gegründet und ist für die Deutsche Bahn und andere Auftraggeber tätig. Unsere Fachgründe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit wurde uns unter anderem in dem Präqualifikationsverfahren der Deutschen Bahn AG bestätigt. Wir bieten neben der Sicherung von Gleisbauarbeiten auch sehr komplexe bauaffine Leistungen, wie zum Beispiel umfangreiche Rangierleistungen, da Stellen von automatischen Rottenwarnanlagen, feste Absperrungen, unterschiedliche Signale und verschiedenste Bauhilfsleistungen. Unser Team ist durch ständige Aus- und Weiterbildung in verschiedenen Bereichen hochqualifiziert. Gemäß unseres Mottos, Ihr sicherer Partner am Gleis, garantieren wir den zuverlässigen Schutz Ihrer Mitarbeiter bei komplexen Arbeiten im Gleisbereich.